Aber man versucht, als Sänger dann noch reinzukriegen, seine Interpretation, trotz des Tempos. Das hört man nämlich nie, dass die da was spielen. Weil hier haben die eine große Orge. Man hört das nie. Vor allen Dingen später, nicht die Holzbläser. Machen Sie noch einmal Bertha, bitte. Bertha. Klamm dich. Lise. Ich habe schon mit dem Herrn Oden gesprochen, ob er mir hilft, das rauszukriegen. Aber ich glaube, wir können noch ein, können wir etwas weniger, gleich nach dem Fortissimo, gleich ein großes Diminuendo machen. Das Blech, die Posaunen und Trompeten, ein großes Diminuendo, weil sonst, es hat die Bläser, nur die Holzbläser, bitte. Nur die Holzbläser vor Cäsar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben vor Cäsar, bitte. Es ist eine sehr wilde Angelegenheit. Jetzt. Jetzt. Ja, es ist so knapp vor dem Abkratzen, die letzten Aufbäumen, nicht? Da stirbt es, da ist es aus. Wissen Sie, wie die sterben? Wollen nicht sterben. Nicht nur Akzente, so wie in einer Sinfonie. Können wir zusammen mal, wenn Sie Ihr erster Einsatz haben vor A, die Streiker, wirklich piano anfangen, nicht? Aber so wie ein Phönix aus der Asche so aufsteigen. Dürfen Sie einmal machen vor A, nee, belebend, belebend. Also ein Takt vor dem Doppelstrich, nicht? Ein Takt ist belebend auf dem Doppelstrich, bitte? Ja, ein Takt vor. Bitte dann ein Takt vorbelebend. Das können Sie dann machen. Ja, ein Takt vor dem Doppelstrich. 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 Das ist mit Ruhigen. 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 als wir manchmal. Und jetzt spucken die so, jetzt kommt aus der Oper alle mögliche Sachen, das Fläschchen, der Trank, die furchtbare Sehnsucht im letzten Akt, wo der Tristan auf dem Lager ist, das ist vom letzten Akt, wo die Hörner spielen, die Verwandlung, wo er dem Kurvenal sagt, wenn du auch Mitleid hast, mitleidest du, wenn ich leide, doch was ich leide, das kannst du nicht leiden, das ist diese, ist aus der Oper praktisch ein unerkenntliches Populi. Und trotzdem eine Geschichte, und dieses Rida, Rida, ist im ersten Akt, wo die gerade das Getrunken haben, den Trank, überhaupt keine Rolle spielt, es hätte auch Wasser sein können. Die Hauptsache ist nur, dass die denken, die sterben. Und das ist diese erste Vereinigung auf dem Schiff noch, knapp vor dem, ist ein Blödsinn, was ich sage, aber so, wir machen so leise immer die Auftakte, dass man nicht merkt, dass es nicht ganz gepumpt ist. Und der eine oder andere ist eben ein bisschen zu früh da, und dadurch kommt die Bindung zusammen. Musik 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 Musik